Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 9.8.2024. Und unser DAX ist auch am Donnerstag zur nächsten Nuss gesprungen, hat sein nächstes Ziel erreicht und gesprungen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben uns gestern darüber unterhalten, über natürlich wieder die Abwärtsrisiken, die Aufwärtschancen und haben es insofern abgegrenzt, dass wir gesagt haben, unten der Bereich 365, 400, der wird wichtig, wegen den Gaps da. Ach nee, halt, das Gap gab es noch nicht, das Gap gab es. Und hatten gesagt, also der Bereich, das würde ich ihm noch gönnen, wenn er da runter stößt. Und alles, was dann tiefer geht, hätte für mich deutlich das Risiko, dass diese Abwärtsbälle hier nochmal nach unten losgetreten wird. Hat er aber auch gesagt, ist für mich dann aber eben auch nur relevant, wenn er dort wirklich mit roten Schundenkerzen durchgeht. Sollte er von Beginn oder von hier unten eben grün nach oben treten, hat man gesagt, Kanalock, Kerr, nochmal so eine grüne Welle stellen, nochmal ans Hochhahn, die 700 noch zu machen und eben dann auch an die Kanalkanten dran. Und das ist jetzt eigentlich so diese Hauptaufgabe, die der Freitag jetzt so ein bisschen vor sich hat. Ich bin gespannt, ob er die Herausforderung überhaupt annimmt. Und wir steigen momentan noch sehr korrektiv. Korrektiv weiß, starke, starke Gegenbewegung drin. Jetzt haben wir hier wieder eine weitere Marke erreicht. Nach den letzten Marken, die erreicht worden hat, hat er sich schon erstmal wieder zurückverpieselt. Macht es für den Freitag jetzt natürlich auch, ich sag mal, relativ unkritisch, wenn er einfach ein bisschen nach unten taumelt, wenn er gar nicht viel oben liefert und einfach hier noch ein bisschen nach oben rein spritzt früh und sich dann den restlichen Tag nach unten taumelt, hier vielleicht einfach nur auf 65 schließt, das wäre gar nicht schlimm. Und es wird ihm sogar dann am Montag weiteres Erholungsspielraum oder weiteren Erholungsspielraum lassen und das dann diese Kanalkontakte auf den Montag verlagert. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht jetzt vor dem Wochenende noch ein bisschen ängstlich ist, naja, was passiert am Wochenende, bricht er nun Krieg aus oder nicht oder wie auch immer, dass dann vielleicht noch ein bisschen mit angezogener Handbremse gearbeitet wird oder sich gar schon abgesichert wird halt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ob man die Herausforderung annimmt. Das ist jetzt hier der für mich wenig wichtigste Bereich. Wir hatten damals immer mal gesagt, hier erstmal noch hier unten waren, das sind dann so diese primären Rücklaufziele. Das ist A, diese Channelkante hier von unten einmal dran, bei so 840, 830. Ja, eher 840 sogar. Wir sind ja relativ steil jetzt hier drauf zugekommen, 840 liegt die. Und im 2-Stunden-Chart diese kleine innere, ist ja auch eine bullische Flagge von der Struktur her, die auch nach unten verlassen wurde. Die liegt dann im Bereich um 9,20. Das wäre jetzt bald zum Freitag schon erreichbar. Und ist natürlich auch so ein klassischer Punkt, an dem sich größere Marktteilnehmer eben auch absichern können. Absicherungsgeschäfte reinnehmen, weil sie sagen, okay, das ist jetzt hier der Pullback. Bestätigen wir mit Pullback quasi den Ausbruch und der Markt dreht hier wieder ein. Kann genauso diese Abwärtswelle hier nochmal losgetreten werden in ähnlichem Ausmaß, in ähnlicher Dynamik. Oft genug gesehen wäre es so rein marktablauftechnisch üblich. Mir wird es nicht so ganz ins Zeitfenster passen, weil wie gesagt, US-Wahl ist nach wie vor vom, naja, man peilst langsam schon an, es geht in den Wahlkampf und so weiter. Und ich hatte die letzten Tage schon ein bisschen durchblicken lassen, dass ich mir schon nicht auch vorstellen konnte, dass die jetzt einfach ein bisschen die Märkte versuchen zu beruhigen, damit sie da die Stimme, äh, die, die, die Wähler begünstigen oder die, die Stimmen, dass es einfach ein bisschen, wie eine Freundin nachgucken, schaffen wird, ja. Deswegen wird es wichtig überraschen, wenn unser DAX durchgeht, aber die Bereiche sind eben wichtig. Da sollte man auch merksamer hingucken. Haut uns der DAX nämlich dort mit einer roten Tageskerze zum Beispiel jetzt auch so eine 8,50 raus oder auch hier oben drüber. Ja, 9,50. Ähm, wir hatten ja vorhin gesagt, was ist das jetzt hier? Das ist jetzt hier die 9,20, die, ach, das ist alles jetzt hier breite Zone. Das geht ab 8,40 los, zieht sich bis zur 18,000. Das ist quasi jetzt so ein relativ dicker Widerstandsbereich, der hier kommt, hier oben, das ist Gap, diese, diese Tiefs, das ist jetzt alles Widerstand von unten kommt und für einen Pullback noch zu gebrauchen. Das heißt, sticht er dort rein, zieht sich hier wieder unten raus und stellt sich auf hohen Tageskerzenkörper, ähm, kann er aus so einer Bewegung heraus komplett bis nach unten nochmal durchgenagelt werden. Ja, muss er aber auch machen. Solltet ihr einfach nur nach oben durchsteigen oder an diesen Niveaus immer einfach so flach zur Seite stehen bleiben, ganz seitwärts, äh, einfach das so, 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 weich arbeiten, ja, das den Widerstand einfach weich machen, dass er dann leichter durchkommt. Dann würde ich eher noch nach oben die Potenziale suchen. Und so kann man jetzt, glaube ich, zum Freitag jetzt zusammenfassen, ähm, a, haben wir die Möglichkeit für den, ja, unsicheren Freitag, für das Absichern, den Marktteilnehmer, die sich schützen. Dafür würde ich denken, dass wir vielleicht mit einem Aufwärtsgap wieder reinkommen, das Aufwärtsgap schließen, also abverkaufen und dann, ähm, eben auch nicht dynamisch wieder ansteigen, sondern einfach den ganzen Tag relativ ruhig, ein bisschen so wie das letzte Woche, der war, äh, der von der letzten Woche, der sieht so ein bisschen aus, wie das, was ich mir vorstellen könnte. Junge, 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 ich muss ja immer mal ein bisschen Pause drücken und husten. Ähm, ich hoffe, ich kriege das gut rausgeschnitten, dass euch das dann nicht stört. Ähm, die, äh, die haben natürlich voll meinen Fahrten verloren. Die, äh, genau, der, der, der schwache Freitag im Sinne von Absicherungsgeschäfte, dass er dann einfach so durchtüdelt, wie das jetzt den letzten Freitag war, würde ja, das würde gar nicht so schlecht reinpassen. Wie gesagt, ich würde mir vorstellen können, dass wir dann an die, äh, 560 zurücklaufen. Überraschen wird es mich ein bisschen mehr, dass er sich noch dynamischer zeigt, vielleicht sogar probiert, den Aufwärtstrend, ähm, zu reißen und, ähm, hier schon auf irgendein so ein Gap-Klos geht. Ja, er hat ja jetzt zwei zur Wahl, die hier unten stehen, das ist die 4,30 und das ist die 3,60. Ähm, einmal das Gap zum Mittwoch, einmal das Gap zum Dienstag, könnte er beides dann auch closen, dann wäre er allerdings dolle tief und hätte es Montag wahrscheinlich schwieriger, nach oben raus wieder aufgedreht zu kriegen oder sich aufzudrehen, dann würde er wahrscheinlich am Montag dann weggeschossen. Ja, also wenn er zum Vater so tief zurückkommt, äh, wäre das, wäre das kein gutes Bild für den Montag, definitiv. Ja, aber wenn er jetzt hier so ruhig bleibt, alles über das 700 oder sagst, können wir eigentlich auch sagen, was sind das jetzt hier, 6,50, alles über 6,50, da würde ich mich nicht verrückt machen, würde den erst mal hier oben reingehen lassen. Man muss da auch nicht der Erste sein, der da oben unbedingt die Trades reinkloppt oder sagt jetzt Absicherung rein, Absicherung raus, nein, ich weiß es nicht. Dann macht doch, guckt euch erst mal an, guckt wie der Markt dort reagiert, lass den da ein bisschen arbeiten, das wird nichts sein, was innerhalb von einer Minute irgendwo entschieden wird, der wird dann ein bisschen rumturnen, das vielleicht sogar auf ein, zwei Tage dann hinaus zögern, die Entscheidung, aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass er sich zum Freitag eben damit auseinandersetzt, wenn hier nicht, wie gesagt, diese Absicherungskarte gespielt wird, wird man daran erkennen, dass er dann einfach von Beginn an einfach nur runter trippelt und da wäre für mich so ein bisschen diese 5,60 dann das Ziel, ja, ansonsten, wie gesagt, oben, ähm, 8,40, aus dem Tagesschart, uh, 8,80, die 9,20, ähm, 59, glaube ich, weil wir gehen nochmal im Tagesschart, 59, genau, ähm, 59 war hier das April-Tief, das Juni-Tief, Entschuldigung, das mit der Juni-Tief, nicht das April-Tief, habe ich, glaube ich, vorhin auch im Update dann falsch geschrieben, da habe ich auch geschrieben, Entschuldigung, da habe ich mich da vertan, also es ist das mit der Juni-Tief und, ähm, der Gap-Close hier, ja, das sind jetzt so die nächsten Stationen und alles, was drüber geht, deswegen auch der Fall hier, das ist dann eigentlich schon wieder, spricht dann eher für ein Fehlausbruch hier unten, ja, gut, Freunde, das soll soweit sein, ich wünsche euch maximaler Erfolg am Freitag, gutes Gelingen, viel Erfolg, und dann hören wir uns am Sonntag wieder, und dann bitte ich hoffentlich die Soße hier, und dann auch wieder los, also, macht was raus, Tschüss!